Kann man statt Clever oder Tronlink auch alles über den Ledger machen? Absolut, also es geht, denn du kannst den Ledger mit Tronlink verbinden. Ich selber habe es jetzt noch nicht getestet, ob das dann alles so auch mit der DEX funktioniert, aber ganz klar, du kannst den Ledger an die Tronlink connecten und das geht. Also rein theoretisch müsste auch dann der Handel auf der Börse gehen. Das werden wir aber nochmal separat testen.